Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuesten Video auf dem Krypto-Kanal. Ich bin Finn und zusammen mit Timo und Liam werden wir uns heute wieder den interessantesten und aktuellsten Themen rund um den Kryptospace anschauen. Hier kommen auf diesem Kanal jeden Tag bis spätestens 14 Uhr. Heute haben wir es leider nicht ganz geschafft, muss man ehrlich sagen. Aber normalerweise kommen sieben Tage die Woche bis 14 Uhr wirklich Updates rund um den Kryptospace für euch. Deswegen gerne für alle die neu hier sind, mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Verpasst ihr nichts mehr und seid immer top informiert. Heute in dem Video werden wir uns anschauen, was der realisierte Bitcoin-Preis und die Adresses mit 1BTC Plus uns darüber aussagen, wie vielleicht der Markt sich in der nächsten Woche verhalten wird. Wir werden natürlich im Chart genau nochmal anschauen mit Liam zusammen, was für Preislevel und welche Preiszonen für uns relevant sind, welche Pattern aktuell im Chart zu sehen sind oder sich abbilden. Und am Ende werden wir natürlich nochmal mit Timo über diesen Artikel hier über Terra Luna die ganze Thematik etwas aufrollen. Terra Luna 2.0 bzw. was die Luna Holder jetzt wissen müssen, was da auf sie zukommt. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber auch sofort in die Onchain-Daten rein. So Leute, in den Onchain-Daten werden wir uns heute den realisierten Preis ja wie gesagt schon anschauen und wir werden danach natürlich nochmal über diese Statistik hier über die Addresses with Balance over 1BTC, also sozusagen Adressen, die mehr als 1 BTC auf einem Wallet haben. Was das aus Onchain-Datensicht jetzt für uns aktuell bedeutet, werden wir jetzt mal etwas genauer anschauen und als allererstes sprechen wir jetzt über den realisierten Bitcoin-Preis. Und da geht es natürlich darum, zu welchem durchschnittlichen Preis der gesamte Bitcoin-Supply gekauft wurde. Das heißt sozusagen, alle Reise zu den Bitcoins gekauft wurden, addiert, geteilt durch die Anzahl aller Bitcoin, gibt den durchschnittlichen Preis, den Realized Price und der ist aktuell bei 23.791 Dollar. Und das ist tendenziell historisch gesehen wirklich immer ein extrem guter Boden gewesen oder zumindest ein Indikator dafür gewesen, dass wir den Boden ziemlich wahrscheinlich langsam gefunden haben. Wir sind aktuell noch nicht bei diesem Realized Bitcoin-Price, aber wie gesagt, wenn wir jetzt noch eine etwas größere Korrektur sehen würden, dann wären wir auch schon bei diesem Realized Bitcoin-Preis. Klar, man sieht es auch, wir sind da immer mal wieder drunter gedippt wirklich, aber rein zeittechnisch gesehen waren wir eigentlich nicht sonderlich lange immer unterhalb dieses Realized Prices. Das heißt, prinzipiell haben wir wirklich spätestens bei 23.000, 24.000 die ganzen Moving Averages und der Realized Price. Also da kommt wirklich ein sehr, sehr, sehr starker historischer Support, sage ich mal, auf uns zu, der im Endeffekt den Kurs sehr gut stark stützen könnte. Was auch noch eigentlich eine relativ positive Nachricht ist, ist, dass die Addresses mit balanced Uber 1 BTC immer noch weiter ansteigen. Das heißt, es wird wirklich aktuell sehr viel Supply aufgekauft, auch von kleineren Investoren, was natürlich im Endeffekt einfach das Gesamtmarktsentiment etwas einfach in diese bullische Richtung erdrückt. Weil halt insgesamt, muss man ja schon sagen, wenn wir uns das hier gerade mal anschauen, hier waren wir bei 775.000, jetzt sind wir hier knapp bei 850.000. Also es sind ja mindestens knapp, ja, 100.000 Bitcoin oder irgendwas, die da im Endeffekt akkumuliert wurden, wenn es jetzt leere Wallets vorher waren. Also so genau ist die Statistik ja natürlich nicht, aber interessant ist trotzdem, dass halt wie gesagt auch kleinere Anleger, also ich meine, kleinere Anleger muss man jetzt ehrlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein BTC kostet ja immerhin knapp 30.000 Dollar, aber trotzdem, dass selbst die kleineren Anleger, die jetzt keine, sag ich mal, Wale, Haie oder sonst was sind, dass selbst die aktuell schon dabei sind, wieder Bitcoin zu akkumulieren. Das heißt, ich bin tendenziell immer noch davon überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten spätestens wirklich einen Boden bei Bitcoin sehen werden und dementsprechend dann auch das Reversal sehen werden. Wo das dann wirklich sein wird, das würden wir uns jetzt nochmal etwas genauer in den Charts mit Liam anschauen. Okay Leute, dann kommen wir jetzt auch direkt nochmal zurück zur Chart-Analyse. Wir schauen uns heute auch nochmal den Weekly an, neben dem Daily und dem Only-Time-Frame, denn das wird jetzt doch immer wichtiger, was jetzt in den nächsten Tagen passiert, beziehungsweise in den nächsten drei Tagen und 13 Stunden, bis diese Weekly-Candle schließen wird, denn danach werden wir erfahren, ob Bitcoin hier weiter short geht und weiter in den Bärenmarkt geht oder quasi in einen Bärenmarkt reingeht oder ob wir hier einen Reversal sehen werden über unsere Support-Zone. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran, wir schauen uns das jetzt echt mal genauer an. Als erstes würde ich sagen, auf dem Weekly erkennt man, dass es hier immer mehr darauf hinausläuft, dass wir hier unsere untere Linie dieses Falling Wedges antesten und dementsprechend kann es natürlich immer mehr passieren oder wird es immer wahrscheinlicher, dass wir entweder einen heftigen Bounce-Off sehen oder dass wir diese Linie hier weiter antesten, der Kurs sich zuspitzt und wir vielleicht ein Breakout sogar nach unten sehen und dann unsere Weekly-Support-Linie hier vom All-Time-Chart oder sogar unser All-Time-High von 2018, das heißt die 20.000 US-Dollar, antesten werden. Wenn wir uns das Ganze nochmal auf dem Tagestimeframe anschauen, dann wird es immer spannender, denn wir haben auf verschiedenen Timeframes wirklich verschiedene Zeichen, die uns wiederum verschiedene Sachen sagen über den Kurs, denn es sind verschiedene Pattern zu sehen. Auf dem Weekly hier kann man sehen, ich hatte ja die letzten Tage immer gesagt, dass es hier nach einem Symmetrical aussieht und das sah es auch, das sah es auch, aber inzwischen muss man sagen, dass sich der Kurs hier zwar nach unten zuspitzt, beziehungsweise von oben hin immer weiter nach unten zuspitzt, aber nach unten hin gleich bleibt. Das heißt, auf dem Daily-Timeframe sieht es wirklich so aus, als hätten wir hier eine Art Descending-Triangle und dieses Descending-Triangle hätte sogar ein Breakout-Target von circa, wer hätte es erwartet, 25.700 US-Dollar ungefähr unsere All-Time-Support-Linie hier, die wir seit Beginn von Bitcoin auf dem Weekly-Chart haben. Dementsprechend sollte man auf jeden Fall darauf auf dem Daily-Chart achten, denn, wie gesagt, es kann natürlich immer zu einem Breakout aus so einem Pattern kommen, vor allem, weil sich der Kurs immer weiterhin in dieser Support-Zone hier einpendelt. Das Ganze wollen wir uns aber nochmal im kleineren Timeframe ansehen. Im Hourly-Timeframe können wir erkennen, man könnte hier natürlich verschiedenste Pattern einzeichnen, von, ich sage jetzt mal, Symmetrical-Triangle, was hier irgendwie in diese Richtung geht, bis hin zu einem Ascending-Triangle, was tatsächlich auch von hier unten irgendwie nach da oben geht, mit dieser oberen Linie, aber Leute, wir müssen beachten, dass der Kurs wirklich keine untere Trendlinie hält, also keine untere Trendlinie, die hier einen Uptrend oder einen Downtrend signalisiert. Dementsprechend, wir haben hier immer weiterhin unsere Konsolidierungszone und das wird immer spannender, denn der Kurs bleibt tatsächlich weiterhin in unserer Zone zwischen den 30.000 und den 28.900 Punkten. Gerade sind wir hier wieder runtergefallen und haben jetzt wieder ein kleines Reversal. Dementsprechend, Leute, achtet auf jeden Fall weiterhin auf diese Zone. Wir werden in Kürze einen Breakout sehen. Es wird nur spannend, in welche Richtung. Vielleicht haben wir hier ein Ascending-Triangle, was irgendwie nach oben ausbricht, oder ein Symmetrical, was vielleicht diesen Downstrand weiterführt und nochmal auf die Weekly-Linie antestet. Aber das Ganze wird sich auf jeden Fall in wenigen Tagen entscheiden und ich würde sagen, bis dahin solltet ihr vielleicht vorsichtig sein mit Bitcoin-Käufen oder mit Bitcoin-Abverkäufen, denn bis dahin wird es wirklich noch sehr unentschieden bleiben, was mit dem Kurs danach wirklich passiert. Okay, Leute, das war es mit der Chartanalyse. Dann kommt als nächstes der News-Part mit Timo. Und zum Ende des Videos kommen wir da einmal zum News-Part mit mir, Timo. An dieser Stelle auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Freut mich, dass ihr alle immer noch dran geblieben seid. Jetzt ein umfassendes Update zu Terra Luna. Wir möchten hier nochmal auf die letzten Geschehnisse eingehen. Was sind die neuesten News up to date? Wir können schon lesen, Terra 2.0 ist nun offiziell auf den Weg gebracht. Das ist sehr relevant für alle Leute, die noch Luna halten. Und da werden wir jetzt einmal ganz genau drauf eingehen. Das heißt, auf jeden Fall dranbleiben. Gestern Abend wurde dann final endlich der Antrag angenommen. Das bedeutet, dass wir nun eben den Fork der Chain sehen werden. Und da möchten wir einmal ganz kurz schauen, was denn hier passiert ist. Hier oben in dem Artikel wird nur nochmal, sage ich mal, die gesamte Thematik der letzten Wochen beschrieben, was überhaupt passiert ist. Und hier unten geht es dann wirklich um Terra 2.0. Wir hatten es bereits in einem früheren Video. Do Kwon hat ja seinen Rettungsplan für das gesamte Projekt vorgestellt. Er hat nämlich selber gesagt, Terra ist nicht nur USTT. Und er ist der Meinung, die Community sollte so bestehen bleiben. Deshalb kommt es nun wahrscheinlich in einigen Wochen zu einem Fork der Chain, wo wir eben eine Luna Classic haben werden, was sozusagen die alte Luna ist. Und eben die neue Chain mit dem normalen Luna. Der Antrag, wie wir hier unten sehen können, ist eben gestern Abend geendet. Wir haben 65%, die dem Ganzen zugestimmt haben. 20%, die eben sich enthalten haben. Und 13%, die das Ganze abgelehnt haben. Damit wurde der Antrag jetzt angenommen. Das bedeutet, dass wir nun die nächsten Schritte sehen werden. Was sehr interessant ist zu sagen, wir können hier lesen, dass einige Exchanges natürlich Terra bei dem gesamten Projekt supporten. Also Terraform Labs, die Muttergesellschaft hinter dem gesamten Projekt. Und unter anderem haben wir hier wirklich die größten Namen. Byments, aber auch Binance, Bybit, Bitfinex. Also wirklich sehr, sehr große Namen aus dem Space, was auch sehr, sehr wichtig ist, um eben dieses Projekt am Leben zu halten. Unter anderem hat auch auf dem Binance Twitter nochmal ein Statement zugestanden, wo natürlich auch Binance davon spricht, dass es auch für sie vorteilhaft ist. Da natürlich auch Binance-User unter anderem unter dem Terra Crash gelitten haben. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, haben wir hier auch nochmal den Airdrop. Wie wird das Ganze überhaupt laufen? Wer kriegt denn das neue Luna? Und was muss man dafür eben an Luna Classic halten? Und das Ganze sieht so aus, dass wir zum einen 30% bei diesem Airdrop in den Community Pool geben. Dann gibt es eben 35% für alle, die vor der Attacke Luna gehalten haben. Und eben auch nochmal 10% für alle, die vor der Attacke AUST gehalten haben. Dann haben wir eben nach der Attacke die Luna Holder und eben nach der Attacke auch die UST Holder. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das natürlich auch ein Versuch ist, die Community zu entschädigen. Und hier natürlich einfach Gelder wieder reinzuholen, dass die Investoren einfach nicht mit nichts dastehen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt ablaufen wird und wie sich natürlich der Preis der neuen Währung entwickeln wird. Man kann ja aber erstmal davon sprechen, dass es sehr interessant ist, dass das Ganze jetzt angenommen wurde. Das war es jetzt soweit vom News-Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr in Zukunft sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.